Nicht mit solchen Büchern, die ja nicht Zeit verschwenden sollst. Wir nehmen dieses Buch nicht. Die haben ja so tolle Sachbücher, wo du was lernen kannst. Und was lernst du bei diesem Buch? Nix. Du schaust mich ja gar nicht an. Ich will, dass du mich anschaust. Kennst du den Jungen? fragte einer der Polizisten. Sein Schnurrbart war dunkel und schmal. Nun sag schon, aber Wespe schüttelte nur den Kopf. Wo wollen sie mit ihr hin? rief Scipio. Er erschrak vom Klang seiner eigenen Stimme, so schrill und hoch war sie.